Wir werden versuchen, eine Kaskadebombe zu verletzen, um alle Tränen zu verletzen. Die Bombe wird Zeit, um es zu verletzen. Dann verteilen wir mal die Bömmchen. Verteilen wir die Bombe, heißt hier unser Auftrag. Und wir sind endlich mal wieder in einer grünen Landschaft. Och, ist das schön. So. Auch hier ist der Bömmchen. Okay. Welle 1. Ach, das ist so ein Wellenschrott. Okay. Na, wo kommt ihr? Oh! Na, komm! Teilhom! Oh Gott! Teilhospieler! Teilhospieler! Teilhospieler, oder? Na, komm, ja! Da! So, Welle besiegt. Da kommen wir auch Schnee lösen. Na, komm! Ah, noch 5! Ach, Mensch! Bist du nicht, Philipp? Ich brauche jedenfalls nicht. Kiep, ey! Ah, stopp! Oh, jetzt ist das kein Vorteil. Also, ich überhaupt nicht. Ach, du Kacke! Ach, Mensch! So! Wo war noch mal das Dünste? Ah, äh... So, komm her! So, das war's mit dir. So, komm, komm her! Komm her! Ah, gerade wer die ankommen, löst dir jetzt das Schwert in seinem Bestandteil auf. So, wir haben's geschafft! Dann können wir mal wieder rumhacken. So, zack! Zack, zack, zack! Nein, nein, nein! Nein! Andere! Das heißt, jetzt bin ich jetzt mal drauf undaches mphalle? Das ist ein Problem! Das ist ein Problem, ich schade! Well, eigentlich, wir haben hier ein Problem! Das ist ein Problem! Oh, es ist ein Problem! Ja! Das ist ein Problem! ach so macht man das wieder habe ich habe es verstorben sagt sagt ich habe es nicht so weit weg 1 2 3 4 6 7 2 ja komm ein bisschen langweiliger ja 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 Wenn die Kaskade-Bombe rauskommt, Und das heißt, und wann darf ich hier weg und ich kann so will das wie ich weiß, gar nicht so heran. Also, ich sehe ihn doch nicht, ich kann so, 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 Das ist ja viel Munition, glaubt ihr? Wo? 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 Da? Nein! Keine Verrückung! Nein! Keine Verrückung! So, wo ist der Letzte? Ellie besiegt, ok. Ein Leutchen kommt schon und wird hier bislang meine. Aber bleiben nur Wellen 3, ok. Warte, wir haben mal den Fehler. Wir müssen nochmal nachdacht. Ich bin ein Leutchen. Da, ich bin ein Leutchen. So, ich bin ein Leutchen. der bahn ist almost armst du gestoppt Ah, natürlich, wenn ich ihn gehe. Na komm! Hier bin ich! Ja, ich muss ja runter, genau. Na wo? Oh! Ah, nicht so. Na komm! Wunderlich her. Okay, dann gibt es Zeug da. Oh, noch eine. Eine Welle! Oh, jetzt kommt es zu. Oh! Da ist es wieder! Oh! Oh! Ich merke gerade, mein Schild läuft sich ein bisschen Ich habe den Rödelpfeil aufgelöst. Na komm! Bleiblieb! Bleiblieb! Oh, der Pfeil da runter! Ah, geht doch!